Hallo Christina. Oh Shima, was machst du hier? Ich möchte ein Buch lesen. Achso, ich auch. Kommst du heute Abend zu mir? Ich muss arbeiten und komme um 18 Uhr zu dir. Ich koche für dich. Was möchtest du essen? Was du möchtest. Okay, bis später. Okay, tschüss, bis dann. Bis zum nächsten Mal.